Ich glaube, Jolien kommt gleich vorbei. Ach cool. Ich hab echt keinen Bock, dass du dann auch hier bist. Jaja, ich kann vorher gehen. Das ist kein Ding. Am besten so, wenn sie klopft, sollst du schon gar nicht mehr da sein. Schaffen wir das? Ich glaub so, vielleicht kannst du... Ich kann doch auch früher gehen. Das macht doch keinen Sinn. Wie soll ich gehen, wenn sie klopft? Ja, genau. Das war der Plan. Easy, oder? Ja. Ja. Oh. Schnell dich. Gerne, unterwache. Weg dich hin. Weg dich einfach hin. Dich einfach hin. Ja, ja, ist gut. Einen Moment, ich bin... Ich zieh mich grad um. Ja? Hi. Hi. Na? Na? Geht's dir gut? Ja, und dir? Ja, auf jeden Fall. Boah, zum Glück hast du einen Freund losgemacht. Krieg's irgendwie? Ja. Ach. Was ist das? Sorry, ich hab gepennt. Äh... Er, ähm, hat einen Mittagsschlaf gemacht. Alles klar. Äh... Äh... Ähm... Ich... Ja. Ja, ich, äh, wollte mit dir reden. Ja, ich wollt auch mit dir reden. Mit ihr wollt ich reden. Nicht mit dir. Ja. Ja. Ähm... Was, äh, machst du heute Abend? Wir können heute Abend... Ach, äh, ja, ich... Heute Abend... Projektwoche. Äh, Dexler? Wollt ihr an dem Projekt zusammenarbeiten? Ja, genau. Ja. Ähm, wir haben nämlich... Projekte. Ja. Ja. Wollen wir unter vier Augen besprechen. Und unter Projekte. Ach, klar. Ja. Sorry. Ich, äh, schlaf woanders. Warte, ich glaub, da kommt jemand. Ich verschlitte. Ich glaub, das ist Kenneth. Ich, äh, geh da mal lieber. Ja. Ähm, ja, ja. Tschüss. Ja, tschüss. Das ist der Klopp von Standards. Das ist der Klopp von Standards. Wir haben von den Jungen gemacht. F***. Outro